Hallo Fans, ich bin Jameel Collins. Willkommen zu unserem Video, 360-Degrees. Mein bester Moment war, als wir in der 1. Bundesliga promoteten. Das war ein verrückter Moment in Dresden, aber das war mein bester Moment. Welche Musik ist da in deiner Playlist zu finden? In meiner Playlist habe ich oft die Skills von Nigerien. Ich habe immer den Tempa von ihm und ich habe immer den Mick Mio. Was war dein bislang unangenehmster Gegenspieler? Für mich würde ich sagen, mein Rest von Man City. Tauscht du regelmäßig Trikots nach den Spielen? Und was ist das wertvollste Trikot in deiner Sammlung? Normalerweise... Ich kann nicht oft die Geräte verändern. Vielleicht wenn ich wirklich glücklich bin. Oder in einem besonderen Moment. Das erste Mal, als ich die Geräte verändern musste, war mit Daniel Alves gegen den Brasilien. Das war ein Lägengericht. Also muss ich mit ihm verändern. Das war ein Lägengericht, ja. Was ist dein Lieblingsgericht aus deiner Heimat Nigeria? Ich liebe Fufu. Ich lebe Fufu. Es ist eine spezielle Afrika-Sauce. Das ist wirklich gut. Wie verbringst du am liebsten einen trainingsfreien Tag? Auf meinen Freitag bin ich normalerweise auf Hause relaxiert. Ich habe einige gute Dokumentarien. Ich esse, ich trinke Wasser und schlaue. Welche deutsche Eigenart gefällt dir? Und an welche wirst du dich nie gewöhnen? Ähm... Drinking. Drinking Bier. Ich denke, das ist das... Ich weiß, dass die Geräte viel machen. Und das werde ich nicht machen, weil ich Bier nicht trinke. Ich denke, das ist es. Danke dir, Ciamino. Danke. 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 Danke.